Herzlich Willkommen in Finchies Welt zu einem neuen Tag-Video. Ich wurde seit langer Zeit mal wieder getaggt. Diesmal ist Bernie81 der Schuldige. Er hat ein sehr interessantes Thema ins Leben gerufen, und zwar 5 Spiele, die ich eigentlich gut finde, trotzdem aber abgebrochen habe aus irgendeinem Grund. Sein Video dazu, natürlich, er hat den Tag ins Leben gerufen, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Geht mal da drauf bei ihm, guckt euch mal auf seinem Kanal und lasst ein Abo da, Daumen nach oben, whatever. Ja, das Thema Videospiele, die wir gut finden, aber trotzdem abgebrochen haben, hatte der Yeti Wind vor Jahren schon mal aufgegriffen. Ich wollte immer ein Video dazu machen, habe es aber irgendwie nie gemacht. Ja, und es ist Tag da, und das ist eine gute Chance, das endlich mal zu tun. Denn es gibt tatsächlich einige Spiele, die ich sehr gut fand, aber trotzdem nie zu Ende gespielt habe. Ich könnte da quasi die Hälfte von meinem Spieleregal nennen, aber ich habe mich jetzt mal auf einige Spiele reduziert, und wir fangen jetzt einfach mal an. Das Ganze ist keine besondere Reihenfolge oder so, also nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Rangliste oder so ein Gedöns, ich werde dir einfach die fünf Spiele so nennen. Und wir fangen an mit Zelda Skyward Sword. Ist eines der wenigen Zelda-Spiele, was ich nicht durchgespielt habe. Ich meine, ich habe bei Javas Masks auch nicht durchgespielt, aber das hat mir auch nicht gefallen damals. Deswegen kommt das hier nicht mit rein. Es ist mit Sicherheit ein großartiges Spiel, aber hat mir nicht gefallen. Skyward Sword hingegen hat mir am Anfang sehr gut gefallen. Ich mochte den Grafikstil, ich mochte das Ganze, die Musik mochte ich, ich mochte den Anfang mit den Vögeln, wo man da rumfliegen kann. Ich bin dann irgendwann auf der ersten Insel gelandet, auf diesem ersten Planeten oder was, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, mit dem Vogel, und der hat mich da abgesetzt, und ich bin dann durch so ein bisschen Wald durch und so was, und war auf dem Weg zum ersten Dungeon, und irgendwie habe ich da aufgehört. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Ich habe da einfach nicht mehr weitergespielt. Ich vermute, es hängt damit zusammen, ich hatte damals vor, ein Spieletagebuch dazu zu machen. Da ist auch wieder Yetiwind schuld, der hat nämlich damals ein grandioses Spieletagebuch gemacht zu Skyward Sword. Nur hatte er halt das, ja, hatte damals die Möglichkeit, das Ganze innerhalb von, ich sage mal, ein, zwei Wochen durchzuziehen, hat einfach die ganze Zeit aufgenommen und hat das dann in einem Video gepackt, was 20, 25 Minuten ging. Ich kann einen Zelda nicht in zwei Monaten durchspielen wahrscheinlich. Das ist bei mir immer so ein Megaprojekt, solche Spiele, und ich wollte dann mehrere kleine Tagebücher dazu machen. Ich habe das dann angefangen, hatte schon die ersten zusammengeschnitten und so ein Kram, dann kam aber wie immer irgendwas dazwischen, das Ganze wurde mir viel zu aufwendig damals, und dann habe ich einfach das Videotagebuch schon mal abgebrochen. Und ich glaube, aus diesem Grund hatte ich irgendwie einfach nachher keine Lust mehr auf Skyward Sword, beziehungsweise das weiterzuspielen. Ich hatte schon noch Lust, aber ich habe irgendwie, weil das Video jetzt gescheitert ist, und das hat alles nicht so geklappt, wie ich das wollte, habe ich das Ganze irgendwie einfach aufgehört. Eigentlich ziemlich dämlich, aber, ja, ist halt so. Schade, sollte ich vielleicht irgendwann mal nachholen, aber es gibt doch Gott, es gibt so viele Spiele, die ich spielen und nachholen muss. Ja, geht halt nicht alles. So, jetzt ist mein Handy gerade ausgegangen, so eine Kacke. Okay, wunderbar. Das ist das erste Spiel, was mir so direkt so eingefallen ist. Dann kann ich als nächstes nennen, alle Far Cry Spiele. Ich habe bisher jeden Far Cry Teil, außer Teil 2, angefangen. Ich habe auch, glaube ich, ja, Far Cry 1 habe ich nicht selber hier, habe ich aber damals mal gespielt. Dann habe ich das irgendwann abgebrochen, weil es halt der Schulte war, und mir nicht gefallen hat. Dann habe ich Teil 2 deswegen nicht gespielt. Teil 3 habe ich dann irgendwann mal bei dem Ben, beim Angry Gamer, gewonnen. Er hat mir das dann zukommen lassen, den Code für den PC. Und das habe ich angefangen. Fand es auch ziemlich geil von dem, der Bösewicht war super, war es ja damals. Dann die ganze Welt sah super aus, die Grafik war fantastisch. Aber irgendwann ging es mir auf den Sack, auf der Insel rumzugucken. Und ja, Open World geballert. Das mochte ich irgendwie nicht. Keine Ahnung. Dann kam irgendwann Far Cry 4 raus. Da habe ich gedacht, das sieht schon geil aus. Das Setting gefällt dir auch viel, viel mehr als dieser blöde Dschungel. Diese Insel mit dem Dschungel. Das ist im Himalaya oder wo es spielt. Ich glaube ja, irgendwo da oben. Auf jeden Fall in den Bergen. Im Kirat heißt das Ding, glaube ich. Habe ich eine ganze Weile gespielt. Weitaus länger als Far Cry 3. Habe ich aber aus dem selben Grund irgendwann abgebrochen. Einfach, weil es ein Open World Shooter ist. Hat mir irgendwann, das hat mir das Spielprinzip nicht mehr gefallen. Keine Ahnung. Das wurde mir irgendwann alles zu groß und zu lang gezogen. Und wenn ich einen Shooter spiele, möchte ich einfach schnell durch. Möchte ein bisschen bombardiert werden. Wie es jetzt momentan bei Battlefield 1 zum Beispiel der Fall ist. Das finde ich großartig. Oder bei einem Call of Duty meinetwegen auch. Oder was es noch alles für Shooter gibt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall besten Schlauchlevels. Vielleicht ein kleines bisschen Open World. Aber dann direkt wieder zurück und die Mission geht weiter. Das finde ich gut. Aber dieses riesige offene, also riesige, in Anführungszeichen, offene Welt. Und dann Grummballern und sowas alles. Das war nicht so meins. Keine Ahnung. Da habe ich irgendwann abgebrochen. Obwohl das Spiel hat mir, wie gesagt, gefallen. Die Welt hat mir gefallen. Der Bösewicht hat mir super gefallen. Mit Pagan Min oder wie er hieß. Großartig. Aber, wie gesagt, einfach irgendwann abgebrochen. Far Cry Primal. Fand ich war der beste Teil bisher. Hat mir bisher am besten gefallen. Ich habe es ja auch jetzt Played. Habt ihr gesehen. Fand ich sehr cool. Ich war auch gewillt, das weiterzumachen. Hatte ja auch nicht diesen Shooter Aspekt. Aber trotzdem habe ich es irgendwann abgebrochen. Einfach, weil zu viele Spiele rauskamen, die ich dann lieber spielen wollte. Keine Ahnung. Vielleicht spiele ich es irgendwann mal für mich weiter. Das Let's Play ist aber wahrscheinlich abgebrochen. Kann ich schon mal so sagen. Jo. Genauso kann man es fast schon sagen. GTA 4 und GTA 5. Die fahre ich auch mal so zusammen. Habe ich aber aus unterschiedlichen Gründen nicht weitergespielt. Wir fangen an mit GTA 4. Das habe ich angefangen. In der Hoffnung, dass ich direkt so geflasht bin, wie damals bei GTA 3 oder Vice City. San Andreas habe ich nie gespielt. Oh mein Gott, das bitte steile ich mich nicht. Sollte ich wahrscheinlich auch irgendwann mal tun. Aber ist einfach zu groß zum Nachholen für mich. Von daher lassen wir das direkt. Aber GTA 4, da hatte ich sehr viel Hoffnung drin. Ich habe gedacht, komm, das könntest du den wirklich nochmal geben. War zu meiner Trophäenzeit damals, als ich aktiv Trophäen gesammelt habe. Ja, mir gefiel einfach zum ersten Nico Bellic nicht, der Hauptcharakter. Das Spiel an sich, das Gameplay von den Autos war kacke und der Hauptcharakter war kacke. Alles andere fand ich genial. Es war halt wieder ein in GTA, wie GTA 3, Vice City, whatever, in super Grafik. Aber, ja, ist, keine Ahnung. Ich habe gebrochen irgendwann. Das heißt, irgendwann, wahrscheinlich schon ziemlich am Anfang. Ich habe so ein paar Nebenmissionen gemacht. Ich kann mir die Hauptmission nicht so richtig rein. Und irgendwann habe ich einfach aufgehört. An mir erinnert, aber ich mich bei GTA 4 auch nicht. Außer, dass ich es halt gut fand eigentlich. Aber wahrscheinlich haben diese beiden Sachen, die ich nicht gut fand, nämlich so gestört, dass ich es irgendwann nicht mehr weitergemacht habe. GTA 5 wiederum fand ich in allen Punkten großartig. Ich fand die Story großartig. Ich fand die drei Charaktere großartig, weil sie alle so unterschiedlich waren. Ich fand die Welt großartig. Ich bin über die Karte gefahren. Ihr habt vielleicht auch meinen Roadtrip gesehen. Einmal um, ich weiß gar nicht, wie die Stadt jetzt hieß. Egal. Auf jeden Fall, GTA 5 habe ich auf der PS3 gespielt. Fand ich richtig gut. Das war tatsächlich noch mehr GTA für mich wie GTA 4. Weil es einfach, es sah ja fast schon aus wie GTA 3 oder GTA Vice City so ein bisschen. Oder San Andreas meinetwegen dieses, auch wenn ich San Andreas nicht gespielt habe, kenne ich die Optiker trotzdem. Das gefiel mir einfach vollkommen, dieses Spiel. Und ich habe es irgendwann nicht weitergespielt. Wahrscheinlich, weil es einfach wieder zu lang gedauert hat und irgendwas anderes kam, was mich mehr begeistert hat in dem Moment. Dieses Problem habe ich momentan auch mit Dark Souls 3. Das Problem hatte ich mit Far Cry Primal. Dieses Problem habe ich mit sehr vielen langen Spielen. Das einzige Spiel in letzter Zeit oder in den letzten Jahren, was es geschafft hat, mich wirklich konstant zu begeistern. Und da kamen auch neue Spiele dazu. Und trotzdem habe ich das nicht abgebrochen. War The Witcher 3. Das war phänomenal. Aber keine Ahnung, wieso. Bei mir ist das oft so, wenn ich ein Spiel wirklich gut finde. Das Spiel ist lange und zu lange. Und ich bin noch nicht durch. Und dann kommt was anderes und dann höre ich auf. Keine Ahnung. Dann genauso nehme ich bei dem nächsten, nämlich Skyrim. Skyrim ist im Grunde vom Setting, von der Geschichte, von allem, was das Spiel ausmacht, ist das genau zu 100% mein Ding. Es ist, die Welt ist fantastisch, die Drachen, es gibt Drachen, es gibt typische Ritter, es gibt Magier. Aber es ist genau mein Fantasy-Ding. Wenn ich Fantasy-Filme gucke und sowas kommt dann vor, ist der Film super. Ja. Keine Ahnung. Dieses Mittelalter-Setting, einfach das gefiel mir alles. Mir gefiel die Gameplay-Mechanik, mir gefiel die Welt. Wie gesagt, mir gefiel alles an Skyrim. Aber da war das gleiche Phänomen, dass es einfach irgendwann durch ein anderes Spiel abgelöst wurde. Schade eigentlich. Ich habe das Skyrim irgendwann, ich habe das damals für die PS3 gekauft, auch mit dem Hintergrund, wieder Platin zu holen. Und da war mal, wie gesagt, mir eine große Trophy-Hunter-Zeit. Groß. Dann habe ich irgendwann dem Ganzen nochmal auf dem PC eine Chance gegeben. Da war es bei Steam ein super Angebot für 15 Euro mit HD-Packs, glaube ich. Mit den HD-Mods. Die waren bei Steam schon so mit dabei. Konnte man so installieren, komplett fertig. Dann habe ich nochmal angefangen, bin, naja, nicht ganz so weit gewesen wie auf der PS3 und habe es aber wieder aufgehört, weil es halt einfach, ich glaube, das war die Zeit, wo auch Nino Kuni damals dann rauskam. Dann habe ich das weitergespielt. Ja, Nino Kuni war auch so ein Ding, was ich komplett durchgezogen habe. Genau, das war noch, das war das letzte große Spiel vor The Witcher 3, was ich durchgezogen habe. Ja. Okay, dann haben wir noch zum guten Schluss ein Spiel, was ich eigentlich gerne wirklich gespielt hätte. Ich habe mich da auf die Kampagne gefreut, auf den Multiplayer, einfach ein bisschen Gefecht machen. Die Rede ist von StarCraft II. Ich habe mir, ich habe StarCraft II am Anfang nicht gespielt zur Release. Ich habe mir dann irgendwann die Collector's Box vom ersten Add-On gekauft. Gibt es auch das Anboxing auf meinem Kanal hier. Damit, mit dem ersten Add-On, was rauskam, wollte ich da an StarCraft II nachholen. Ich habe mich hingesetzt und habe mir die Kampagne gestartet. Habe mir die Kampagne gestartet. Ich bin in die Kampagne gestartet, das wollte ich sagen. Und das war richtig gut. Mir gefielen die Videosequenzen, wie immer bei StarCraft II oder generell bei Blizzard. Die Videosequenzen sind immer super. Ich habe die ersten Missionen gespielt. Das gefiel mir alles. Ich dachte, ja, StarCraft II ist back. Du bist wieder im StarCraft II. Habe dann die Kampagne kurz pausiert. Habe ein bisschen Gefecht gemacht. Habe dann mit einem Kumpel damals, den ihr auch letztens im Snackcheck gesehen habt, mit dem Daniel. Der hat mir damals gezeigt, wie ich am besten am schnellsten rushe und mache und welche Taktiken ich im Multiplayer habe. Dann hat er mich irgendwann gefragt und hast du noch ein bisschen geübt. Ne. Da habe ich irgendwie abgebrochen. Ich habe es nicht mehr weitergespielt, obwohl es mir komplett gefallen hat. Und ich kann, das ist eines der wenigen Spiele, wo ich nicht sagen kann, warum. Weil da gab es, das war so ein typisches Ding, was ich am PC zwischendurch spiele. Computer, also Spiele auf dem PC, haben bei mir eigentlich immer eine ziemlich hohe Chance, dass ich sie oft spiele, weil ich das immer nutze, wenn ich zum Beispiel gerade ein Video hochlade oder ich habe zum Beispiel eine Aufnahmesession von der PS4 hinter mir, habe die Sachen alle geschnitten und lade die gerade alle hoch und habe noch Zeit. Dann setze ich mich hin und starte meinetwegen Diablo. Eine Zeit lang war es ja damals auch beim WoW, wo ich dann wieder gespielt habe. Keine Ahnung, jetzt habe ich mir Overwatch gekauft, das habe ich nochmal ganz kurz angefangen. Aber im Grunde haben Computerspiele, also die auf dem PC nur laufen, eine gute Chance, dass ich sie spiele, aber StarCraft irgendwie nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Kann ich euch nicht erklären. Kein Plan. Sehr schade. Ich sollte diese Sachen tatsächlich alle mal irgendwie nachholen, zumindest so Skyward Sword, Skyrim und GTA 5, das wären so die Sachen, die ich gerne wirklich nachholen würde, aber die Zeit ist einfach zu knapp bei mir. Keine Ahnung. Dafür kaufe ich auch zu viele andere Sachen. Man sollte das vielleicht machen, wie Ben Masterful, beziehungsweise hier Alf Puschen. Der kauft sich seine drei, vier Spiele im Jahr, die spielt er die ganze Zeit und gut. Und das ist vielleicht manchmal der einfachere Weg und der günstigere vor allen Dingen. Aber ich will ja alles mitkriegen. Okay, das waren meine Spiele. Es waren jetzt insgesamt natürlich ein paar mehr als fünf, aber macht ja nichts. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was für euch gute Spiele sind, die ihr gespielt habt und plötzlich abgeboren habt, aus irgendeinem Grund. Das würde mich wirklich interessieren, weil das Thema finde ich eigentlich ziemlich interessant und vor allem finde ich es interessant, warum man Spiele abbricht, obwohl sie eigentlich gut sind. Das hat ja meistens irgendwie immer einen Grund. Außer jetzt bei StarCraft2 bei mir. Dann tagge ich natürlich auch noch ein paar Leute. Ich habe hier hinten meine YouTube-Abo-Liste mal geöffnet und hatte mir schon zwei Leute gerade rausgesucht. Den dritten suche ich jetzt spontan raus. Und zwar zuerst tagge ich mal den Martin von AuBanan, mit dem ich eigentlich jetzt zusammen ein Video machen wollte, weil er in seiner Heimat ist und er nur ein paar Orte weiter wohnt. Allerdings hat das alles nicht geklappt. Er konnte nicht und ich hatte jetzt auch wieder ein bisschen Handtier hier familientechnisch, deswegen leider nichts geworden. Aber deswegen tagge ich dich jetzt, lieber Martin. Und ich hoffe, du kannst uns da wieder mit einem grandiosen Video begeistern zu diesem Thema. Der Nächsten, den ich taggen möchte, ist der Bambi Plattfuß. Und ob es bei ihm, ich weiß jetzt nicht, ob er auch so viele Spiele hat und spielt wie ich, oder ob er nicht, ne, da kriegt man nicht so viel von mit. Der macht halt viele Vlogs, aber nicht so mega viel über Videospielkram. Deswegen, Bambi, bitte an dich, wenn du sie nicht zusammenkriegst, dann mach halt nur drei oder so was, Spiele, die du gut fandest und trotzdem abgebrochen hast. Und jetzt scroll ich mal gerade hier durch meine Liste durch. Ja, scroll, scroll, scroll. Den Animatiker, den tagge ich noch. Genau, ich glaube, der ist nämlich noch nicht getaggt worden. Wenn doch, dann tut es mir leid. Okay, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Wenn es so war, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, wie das bei euch mit den Spielen so aussieht. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.